Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Polieren ist für viele da draußen, vor allem für Einsteiger unter euch, immer ein bisschen einschüchternd, weil es so kompliziert aussieht. Wir haben Maschinen, wir haben Pads, wir haben Polituren, wir haben verschiedene Techniken, wir haben verschiedene Antriebskonzepte bei Poliermaschinen und all das ist schon kompliziert genug. Und mitunter die größte Angst von vielen, wenn es ums Polieren geht, ist das Thema Hologramme. Insbesondere im Zusammenhang mit Rotationspoliermaschinen. Und weil Polieren eben so kompliziert ist, möchte ich euch in diesem Video das Ganze ein bisschen näher bringen, erklären und vereinfachen und vor allem mal auf die Fragen eingehen, was sind Hologramme überhaupt, wie entstehen sie und wie kann man sie vermeiden? Anstatt lang um den heißen Bereich herumzureden, habe ich mir gedacht, zeige ich euch doch direkt anhand von dieser Lackplatte hier, wie Hologramme entstehen und vor allem dann danach, wie sie auch aussehen. Dafür habe ich mir hier die Lackplatte schon mal halbiert und habe hier auf meiner linken Seite eine Flex-Rotationspoliermaschine, beides sind übrigens Akku betrieben, mit einem Lammfellpad und einer Cuttingpolitur. Hier habe ich eine Exzenterpoliermaschine, ebenfalls Akku betrieben, mit dem gleichen Lammwollpad und mit der gleichen Cutpolitur, die ich da drauf verwenden werde. Ich werde also die linke Seite hier mit der Rotationspoliermaschine bearbeiten, die rechte Seite hier mit der Exzenterpoliermaschine. Auf beiden Seiten werde ich falsch polieren und ich erkläre euch dann im Anschluss daran, was jetzt hier falsch war oder was ich hier falsch gemacht habe. Denn um eines vorwegzunehmen, Hologramme entstehen nicht automatisch durch eine entsprechende Poliermaschine oder ihr Antriebskonzept, sondern entstehen vor allem durch die falsche Anwendung derselben. Also, ohne lange um den heißen Brei herumzureden, fange ich jetzt hier an. Ich gebe mir das Wollpad hier auf die Rotationspoliermaschine drauf. Polituren vor der Verwendung immer gut schütteln. Dann gebe ich mir hier eine gewisse Menge aufs Lammwollpad drauf. So. Und dann auf Stufe 4 von 6 werde ich jetzt hier diese Fläche falsch polieren. So. Das ist eine Poliertechnik, die sieht man leider Gottes oftmals in Lackierbetrieben, in denen es schnell gehen muss, aber auch in Autohäusern. Ich sage euch nachher was dazu. So, jetzt stecke ich mir den Akku hier um. Das ist ein Vorteil vom Flex-Akkusystem. Ihr könnt hier zwischen verschiedenen Maschinen wechseln. Da drüben ist eine Werkstatt, da wird gerade mit Druckluft gearbeitet. Das soll uns aber nicht weiter stören. So. Exzenter-Poliermaschine. Komplett anderes Antriebssystem, wie ihr seht. Aber gleiches Pad, gleiche Politur und gleich schlechte Poliertechnik. Auch hier wieder. Ich hätte Stufe 4 von 6. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich wische jetzt die Politurrückstände weg und dann schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Also, zur Erinnerung. Gleiches Pad, gleiche Politur. Einfach hier Exzenter-Poliermaschine und da drüben Rotations-Poliermaschine. Und jetzt nehmen wir eine starke Lichtquelle. Das ist eine Scan-Grip-Lack-Control-Lampe. Und dann scheinen wir hier mal drauf und schauen uns jetzt mal nämlich an, ob wir hier was sehen und was wir sehen und was die Unterschiede sind. Bevor ich mit dem Licht draufgehe, schaut euch mal die Lackplatte hier an, bevor wir mit einer starken Lichtquelle draufgehen. Und das ist eben schon mal eine ganz wichtige Botschaft. Ohne gutes Licht kann man Polierergebnisse nicht beurteilen. Und vor allem sieht man Lackdefekte nicht. Weil beide Flächen sehen jetzt exakt identisch und gleich aus. Ihr seht dann gleich, was der Unterschied ist, wenn ich mit einem starken Licht draufgehe. Aber so sieht das Ganze gut aus. Und vor allem, wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehe und aus einem gewissen Winkel da drauf leuchte, ich meine, dann sieht doch das absolut perfekt und glänzend aus. Und lasst euch da nicht von Bildern täuschen, in denen Leute ihre Polierergebnisse aus genau so einem Winkel hier zeigen und sagen, schaut mal, wie das gut aussieht. Nein, tut es eben nicht. Und das sieht man jetzt absolut deutlich, wenn ich das hier mache. Ja, schaut es euch mal an. Also hier, diese Seite. Exzenter-Poliermaschine, Lamboll-Pad, Cutting-Politur. Und jetzt gehen wir rüber. Und ich glaube, ihr seht bereits den Unterschied ganz, ganz, ganz deutlich. Und an dieser Stelle kann ich jetzt bereits eine Frage, um die es in diesem Video geht, ganz klar und deutlich beantworten. Was sind Hologramme? Wenn ihr hier vom Lichtkegelzentrum aus schaut, diese Schlangenlinien, förmigen Linien, Striche, das sind Hologramme. Die Kreisrundenlack-Defekte hier, die durch Slum-Wall-Pad verursacht wurden, das sind Swirls. Die können auch durch falsche Waschtechniken entstehen. Und lustigerweise sehen wir sie hier drüben ja eigentlich schlecht oder fast gar nicht. Ich gehe dann gleich darauf ein, was wir hier sehen. Das hier drüben, das nennt sich Haze oder Grauschleier. Das ist ein typisches Bild, das wir bei Exzenter-Poliermaschinen sehen. Das hier, diese Schlangenlinien, förmigen Striche, das sind Hologramme. Ja, und ich glaube, viel deutlicher kann man das gar nicht zeigen. Und jetzt gehen wir mal in einer kurzen Theoriestunde drauf ein, warum das hier passiert. Die zwei Hauptgründe für Hologramme, die wir jetzt hier gesehen haben, haben einerseits mit der Antriebsart einer Rotationspoliermaschine zu tun, auf der anderen Seite aber mit der Funktionsweise von Polituren und damit dann eben auch mit der falschen Anwendung von diesen Polituren. Und genau das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Denn eine Rotationspoliermaschine, das heißt, die Bewegung, die diese Maschinen hier erzeugen, ihr hört es schon, das ist das, was angetrieben ist. Das heißt, eine Rotationspoliermaschine erzeugt einfach nur eine kreisrunde Bewegung in eine Richtung. Eine Exzenterpoliermaschine dagegen, ihr hört es, glaube ich, das hier, diese runde Bewegung, die bei der Rotationspoliermaschine angetrieben ist, die ist freilaufend bei einer Exzenterpoliermaschine. Dafür ist diese Bewegung hier angetrieben. Ja, ihr hört es. Wenn ich das jetzt mal aufzeichne, dann ist die Art und Weise, wie sich am Lack bewegt, die folgende. Und ich glaube, jetzt wird bereits so ein bisschen klar, warum wir eben mit einer Rotationspoliermaschine Hologramme am Lack überhaupt erst erzeugen können und mit einer Exzenterpoliermaschine nicht. Wenn wir uns jetzt nämlich auf der anderen Seite noch anschauen, dass Polierkörper in der Regel entweder irgendwie so aussehen oder es sind Konglomerate aus mehreren Polierkörnern. Das ist zum Beispiel das, was man unter Aluminiumoxid in der Regel versteht. Das hier ist ein Polierkorn, das in so einer Polierpaste drin ist und das hier wäre ein alternatives Polierkorn. Egal, was wir uns jetzt betrachten, die Polierkörner starten mit relativ viel Abtragsleistung oder Cut. Das kann man mit einem 40er, 60er oder 80er Schleifpapier bei Holz vergleichen. Durch die Bewegung der Poliermaschine und da ist es jetzt egal, ob wir uns einen Exzenter oder einen Roter anschauen, werden dir die Spitzen von diesem Polierkorn gebrochen und das sieht irgendwann nur noch so aus. Irgendwann, wenn wir es noch weiter runterbrechen, sieht es dann und die Kanten glätten sich noch weiter, wobei es von hier nach hier nach hier immer kleiner wird. Also am Ende haben wir eigentlich noch irgendwie sowas übrig. Das heißt, das Polierkorn, das am Anfang relativ viel Cut hat, hat am Ende nur noch relativ oder vergleichsweise wenig Cut. Bei dem hier passiert einfach das hier, dass diese einzelnen Körner rausbrechen, dann haben wir irgendwann in einem Zwischenschritt noch sowas hier und ganz am Ende haben wir nur noch die einzelnen Polierkörper, die wir mit dem Pad auf dem Lack verteilen. Also wir haben bei Cut-Polituren eigentlich immer ein relativ scharfes Polierkorn, das am Anfang viel Cut hat, das sich aber dann immer mit der Zeit mehr zerlegt und feiner wird. Und das sind jetzt eben diese zwei Grundsätze, die man verstehen muss, warum hier am Lack überhaupt erst Hologramme entstehen. Denn einerseits haben wir bei der Rotationspoliermaschine, wo ist sie? Jetzt habe ich die falsch aufgehoben. Hier haben wir bei der Rotationspoliermaschine diese Kreisrunde bewegen. Das heißt, das Pad dreht sich nur in eine Richtung. Dadurch haben wir hier außen die meiste Polierleistung. Und wenn wir jetzt eben einerseits die Rotationspoliermaschine zu schnell über den Lack drüber führen und dann noch leicht verkanten, dann erzeugen wir ganz, ganz, ganz leichte und feine Lackdefekte. Denn auch Hologramme sind am Ende des Tages genauso wie Kratzer, genauso wie Swirls Lackdefekte. Aber Lackdefekte, die wir mit der Poliertechnik, mit dem Poliermaterial, das wir hier am Lack verwenden, erzeugen. Hologramme sind im Prinzip ganz, ganz, ganz feine Swirls. Also Swirls, diese Kratzer, diese kreisrunden Kratzer, die wir am Lack haben. Ich blende euch ein paar Bilder von effektiven Swirls ein, die durch zum Beispiel eine falsche Waschmethode entstehen. Hologramme sind die Steigerung dadurch, denn durch diese Bewegung von dieser Maschine, die sich ja mit 900 bis 1500 Umdrehungen die Minute hier am Lack dreht, erzeugen wir einfach sehr, sehr viel mehr von diesen ganz, ganz feinen kreisrunden Kratzern. Und wenn wir dann noch die Maschine über den Lack drüber führen, weil das tun wir ja nicht in absolut hundertprozentig geraden Bahnen, sondern wir tun das in leichten Schlangenlinien und insbesondere wenn wir schlecht machen in schnellen Schlangenlinien, dadurch entstehen dann eben diese ganz, ganz feinen Lackdefekte, die wir in Schlangenlinien über den Lack drüber führen. Also es ist einerseits diese runde Bewegung von der Rotationspoliermaschine und das andere ist dann eben die Poliertechnik. Ihr habt ja gesehen, dass ich die Poliermaschine erstens sehr schnell über den Lack drüber geführt habe. Ihr habt gesehen, dass ich relativ schnell hier mit dem Polierdurchgang fertig war und ihr habt gesehen, dass ich die Poliermaschine oder besser das Polierpad angewinkelt habe. Ich bin nicht gerade drauf geblieben, sondern ich habe es angewinkelt und bin hier schnell über den Lack drüber gegangen. Und wenn man das tut, dann gibt man dem Polierkorn von diesen Polituren nicht genug Zeit, um runter zu brechen und dadurch erzeugt man eben dann mehr und stärkere Hologramme, als wenn man dem Ganzen Zeit gibt oder sich selber Zeit lässt und die Politur wirklich sauber ausfährt und die Poliermaschine einfach nur mit dem Polierteller flach auf dem Lack drüber führt. Und um euch das zu zeigen, dass das eben geht oder dass man sehr sehr viel weniger Hologramme mit der richtigen Poliertechnik aber grundsätzlich dem gleichen Material erzeugt, werde ich jetzt hier die gleiche Lackplatte nochmal nehmen, die gleichen Pads, die gleiche Politur, das Ganze halbieren, mir aber ein bisschen mehr Zeit lassen beim Ganzen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, dann schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, wie das jetzt aussieht. Starten mit der Exzenter-Poliermaschinenseite. Also man sieht immer noch ganz deutlich so einen milchigen Grauschleier. Das wiederum lässt sich nicht vermeiden bei einem Lammwoll-Pad, aber jetzt im Vergleich zu da oben, schaut euch mal diesen Unterschied an. Der Grauschleier ist viel, viel weniger ausgeprägt, einfach nur, weil wir der Politur mehr Zeit gegeben haben, um sich zu zerlegen. So, und jetzt die ganz spannende Seite, Rotations-Poliermaschine, schaut euch das mal an. Und da jetzt im Unterschied zu da oben. Rotations-Poliermaschine nicht vermeiden, aber schaut euch mal den Unterschied an. Einfach nur durch eine andere Poliertechnik. Ich glaube, ihr habt es sowas von deutlich gesehen. Nur schon durch die Anpassung der Poliertechnik, bei exakt gleicher Maschine, Pad und Politurkombination, konnten wir die Hologramme jetzt hier deutlich reduzieren. Insbesondere konnten wir auch den Grauschleier deutlich reduzieren. Jetzt gibt es Leute, die sagen, dass man Hologramme nur mit Lammwoll-Pad erzeugen kann. Und um diese Theorie zu testen, habe ich mir jetzt ein rotes Cutting-Pad von Sonax bereitgelegt. Das ist also ein Schaumstoff-Pad, anderes Material, aber immer noch eins, das relativ viel Cut erzeugt. Das gleiche Pad habe ich jetzt hier auf der Exzenter-Poliermaschine. Damit starte ich jetzt also beide Maschinen wieder aus. Und damit, mit diesen beiden Pads, werde ich jetzt hier die unteren Flächen nochmal polieren. Nochmal in der falschen Technik, also zu schnell das Polierpad über den Lack geführt. Die Maschine verkantet, nicht gerade aufgelegt. Und danach schauen wir uns an, ob denn jetzt hier das Lammwoll-Pad wirklich so viel schlimmer ist, in der Fähigkeit Hologramme zu erzeugen, wie ein Schaumstoff-Pad. Wir starten direkt. Diese Poliertechnik will übrigens gelernt sein. Oh Mann, aber ich sage es euch, die wird da draußen angewendet. So, und jetzt nehmen wir uns hier die Exzenter-Poliermaschine. Natürlich brauche ich noch den Akku. Und dann machen wir exakt das gleiche Spiel nochmal. Ja, wir schauen mal, was jetzt hier passiert ist. Selbstverständlich entfette ich die Oberflächen natürlich nach dem Polieren immer noch. Denn, wenn man das nicht tut, könnte es ja sein, dass in der Politur irgendetwas drin ist, was auf dem Lack zurückbleibt und uns gerade solche Dinge wie Hologramme verdecken oder leicht abdecken kann. Und deswegen, gerade bei solchen Experimenten hier, ist es absolut essentiell, dass man die Testflächen dann eben auch entfettet. Gut, ich habe mir wieder die ScanGrip geschnappt und wir schauen uns das Ganze an. Zuerst auf der Seite von der Exzenter-Poliermaschine. Also, auch da seht ihr, der Grauschleier ist vorhanden. Aber ja, man kann sagen, er ist ein bisschen weniger ausgeprägt als beim Lammwollpad. Und das Gleiche würde übrigens gelten, wenn ihr die Exzenter-Poliermaschine mit einem Mikrofaserpad oder einem Hybridwollpad verwendet. Auch die bei falscher Anwendung erzeugen euch einen Grauschleier. Also, wir sehen schon mal, auf der Exzenter-Poliermaschine haben wir nach wie vor keine Hologramme. Das schafft eine Exzenter-Poliermaschine einfach nicht. Damit gehen wir jetzt auf die Rotationsseite. Also, ihr seht, die Theorie, dass nur Lammwollpads Hologramme erzeugen, ist absoluter Quatsch. Wenn ich eine Rotationspoliermaschine falsch anwende, beziehungsweise eben die Politur auch, dann erzeuge ich zwar weniger Grauschleier und weniger kreisrunde Lackdefekte, aber genauso viele und genauso schlimme Hologramme. Also, die Theorie, dass nur Lammwollpads Hologramme am Lack erzeugen können, die ist schon mal falsch. Das haben wir ganz klar gesehen. Was ist denn aber jetzt, wenn wir eine Rotationspoliermaschine mit einem Schaumstoffpad und der richtigen Poliertechnik verwenden? Schaffen wir es dann, komplett hologrammfrei zu polieren? Denn beim Lammwollpad haben wir gesehen, wir kommen sehr, sehr nahe hin, aber ganz ohne Hologramme schaffen wir es mit der Rotationspoliermaschine und einer Cut-Politur dann doch nicht. Jetzt ist es natürlich spannend zu wissen, ob das denn mit einem Schaumstoffpad grundsätzlich geht und deswegen untere Fläche nochmal poliert. so, Runde 1 Rotationspoliermaschine ist geschafft, Runde 2 Exzenterpoliermaschine. Da ist es jetzt spannend zu sehen, ob wir den Grauschleier vermeiden können. So, jetzt bin ich ehrlich gesagt selbst gespannt, weil man muss schon dazu sagen, mit einer Rotationspoliermaschine im Cut-Bereich, also mit scharfen Polituren und scharfen Pads, komplett hologrammfrei zu arbeiten, das braucht Übung, das braucht Zeit, das kriegt aber grundsätzlich jeder von euch hin. Und da, wenn es einfach um die Vermeidung von Hologrammen geht, sind Exzenterpoliermaschinen klar im Vorteil, das muss man so sagen. Jetzt natürlich noch entfetten. Und dann schauen wir uns jetzt mal gleich gemeinsam an, wie das Bild jetzt hier aussieht. Also, ich glaube, der Unterschied wird deutlich sichtbar. Wir haben jetzt den Grauschleier auf ein, ich würde sagen, Minimum reduziert. Und jetzt müssten wir einfach noch mit einer Finish-Politur hinterher. Ja, sehr gut. Und dann jetzt hier die Seite, Rotation, ja. Also, wir sehen, so viel weniger Hologramme als mit dem Lammwollpad sind das gar nicht. Ich blende euch die Bilder vom Lammwollpad. Bei richtiger Anwendung mal direkt daneben ein. Damit ihr mal seht, es ist einfach am Ende des Tages nicht, also ganz klar nicht das Lammwollpad ist schuld, dass wir Hologramme haben, sondern die Antriebsart der Rotationspoliermaschine. Also, wir haben jetzt hier mit dem Cutpad genauso noch Hologramme übrig, nach dem Cut-Durchgang, wie mit dem Lammwollpad, weil wir jetzt ja hier das Schaumstoffpad verwendet haben. Wir haben jetzt also schon mal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das Antriebsprinzip der Rotationspoliermaschine, diese ständig sich drehende Bewegung, die macht es aus meiner Sicht fast unmöglich. Im besten Fall, wenn man keinen empfindlichen, weichen Lack hat, dann kann man, wenn man wirklich ganz, ganz gut ist, so gut bin ich schlichtweg nicht, mit dem entsprechenden Pad, Schaumstoffpad, hartes Pad mit einer entsprechenden Cut-Politur, die sich bis ins Finish fahren lässt grundsätzlich, kann man es hinkriegen, hologrammfrei zu polieren. Wir haben aber jetzt hier auf dieser Lackplatte, noch mal zur Wiederholung, Unilack, schwarzer Unilack, sehr, sehr weicher Klarlack, klar gesehen. Es spielt keine Rolle, ob wir das Schaumstoffpad oder das Lammwollpad verwenden. Die Hologramme haben wir immer. Wir haben aber deutlich und signifikant weniger Hologramme und weniger Grauschleier, wenn wir der Politur ganz einfach Zeit lassen, um das zu tun, was sie am Lack machen sollen, nämlich zu arbeiten, sich zu zersetzen. Diejenigen von euch, die ganz genau zugesehen haben, werden auch bemerkt haben, dass ich in der ersten Runde bei der falschen Anwendung die Maschine auch auf eine sehr hohe Geschwindigkeitsstufe gestellt habe. Ich habe beide Maschinen auf Stufe 4 gestellt. Das macht man bei einer Rotationspoliermaschine aber grundsätzlich eigentlich nicht, sondern man fährt die meisten Polituren mit Stufe 1, maximal Stufe 2. Denn auch da wieder, wenn man die Geschwindigkeit zu hoch will, dann zersetzt sich dieses Polierkorn zu schnell. Das heißt, man hat dann einfach ganz, ganz kurz nur, wenn man die Maschine schnell über den Lack führt, sehr viel Cut und dann erzeugt man sich eben die Hologramme. Und dann, wenn man, selbst wenn man dann noch die Maschine langsam über den Lack führen würde, sind die Polierkörper dann einfach schon zu klein, sie haben sich zu stark zersetzt, dass sie die Hologramme, die da drin sind, gar nicht mehr rausbekommen. Also auch das wieder ist ein Faktor, der ganz einfach und am Ende des Tages kurz zusammengefasst mit der falschen Poliertechnik zu tun hat. Jetzt ist die Frage, ist es überhaupt möglich, grundsätzlich möglich, mit einer Rotationspoliermaschine hologrammfrei zu polieren? Und dafür habe ich mir jetzt noch ein Finish Pad von Sonax, das ist das grüne hier geschnappt. Ich habe mir die Perfect Finish geschnappt, also eine Finish Politur und werde damit jetzt beide Lackflächen hier nochmal bearbeiten. Das gleiche mache ich natürlich auch wieder mit der Exzenter Poliermaschine. Da ist es dann aber das gelbe Pad von, in diesem Fall jetzt Liquid Elements. Das ist jetzt ein mittleres Pad, das wird aber auf der Exzenter Poliermaschine definitiv ausreichen. Die Cut Politur stellen wir zur Seite und verwenden jetzt bei beiden Maschinen auf allen vier Flächen die Finish Politur. Und damit testen wir nämlich und schauen wir uns an, das Ganze muss natürlich gerade hier drauf sein, ob wir, Schrägstrich ich, überhaupt in der Lage sind oder bin, mit einer Rotationspoliermaschine hologrammfrei zu polieren. Denn auch die Leute gibt es, die euch sagen, mit einer Rotationspoliermaschine schafft man es grundsätzlich nicht hologrammfrei zu polieren. Testen wir doch mal gemeinsam aus. Testen wir doch mal gemeinsam aus. Also, ohne Umschweife. Exzenter Seite. Ja, schaut mal. Wir haben die Grauschleierspuren. Hier am Rand ist klar, da komme ich nicht ganz hin mit der Maschine. Aber hier in der Mitte, seht ihr, schönes, klares Bild. Da oben schaffe ich es nicht komplett, die Grauschleier oder Heißspuren vom Wollpad nur mit einer Finish Politur zu entfernen. Bei der Exzenterpoliermaschine, jetzt gehen wir rüber zur Rotationspoliermaschine. Ja, also, ja. Ich glaube, ein, zwei ganz leichte Hologramme sind noch da. Ja, da, schaut mal da hin. Da sieht man noch so ein leichtes Hologramm. Aber das sieht doch schon mal viel besser aus als vorher. Und da oben, ja, da sehen wir jetzt auch, dass wir es nicht ganz geschafft haben, die Schleifspuren, das sind die Runden vom Wollpad zu entfernen und auch nicht alle Hologramme. Sehr, sehr spannend. Und dann reden wir jetzt doch im Fazit von diesem Video drüber, was das bedeutet. Ihr habt es ganz klar gesehen und ich glaube, das war ein ganz wichtiges Video, wenn es um das Thema Polieren und insbesondere um das Thema des rotativen Polierens und um das Thema Hologramme geht. Wir wollten ja einerseits die Frage beantworten, was sind Hologramme überhaupt? Und wenn man auf einen Lack schaut mit einer starken Lichtquelle, das kann entweder so eine Lack-Kontrolllampe sein oder auch die Sonne, dann sind das diese schlangenlinienförmigen Spuren, die von der Lichtquelle wegführen. Das sind Hologramme. Ich glaube, das habt ihr deutlich gesehen und das könnt ihr jetzt in Zukunft auch selber identifizieren. Dann war die zweite Frage in diesem Video, wie entstehen Hologramme überhaupt? Und da haben wir einerseits gesehen, dass das auf der einen Seite mit dem Antriebskonzept der Rotationspoliermaschine zusammenhängt, denn mit der Exzenterpoliermaschine kann man keine Hologramme erzeugen. Das liegt ganz einfach an der exzentrischen Bewegung von dieser Maschine. Das kann keine Hologramme kreieren, das schafft nur eine Rotationspoliermaschine. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz klar gesehen, dass es nicht die Rotationspoliermaschine alleine ist, die diese Hologramme erzeugt, sondern es ist die Kombination aus der entsprechenden Politur. In der Regel sind es eben Cut-Polituren, die Hologramme begünstigen, in Kombination mit dem entsprechenden Pad. Und da ist es wieder egal, ob wir von Wollpads, von Mikrofaserpads, von Schaumstoffpads reden. Es sind tendenziell die Cuttingpads, die diese Hologramme erzeugen. Also, was erzeugt Hologramme? Es ist die Rotationspoliermaschine in Kombination mit Cut-Polituren oder Cut-Pads. Und der dritte Punkt ist eben, wir haben sowas von eindeutig und klar gesehen, dass man eben auch sagen muss, die falsche Poliertechnik erzeugt Hologramme. Weil, wenn man die Rotationspoliermaschine zu schnell über den Lack drüber führt, wenn man die Geschwindigkeit der Maschine zu hoch einstellt, wenn man das Pad verkantet und sie eben nicht gerade über den Lack drüber führt, dann erzeugt man sehr, sehr viel mehr Hologramme, als wenn man die Maschine und die Pads und die Polituren richtig verwendet. Richtig verwendet, nochmal für euch zusammengefasst, heißt, ich führe die Maschine langsam über den Lack, damit die Politur Zeit hat, um zu arbeiten. Ich verkannte die Maschine nicht, sondern lege das Pad gerade auf und ich wähle eine niedrige Geschwindigkeit von der Maschine. Erst dann hat die Politur Zeit, nicht nur die Lackdefekte zu entfernen, das, was wir eigentlich wollen, sondern sich auch so fein zu zerlegen, dass wir im Mindesten sehr viel weniger Hologramme erzeugen. Das haben wir also sowas von deutlich hier in diesen Experimenten gesehen. Und die dritte Frage, die wir zwar am Anfang dieses Videos nicht gestellt haben, die wir aber auch beantworten konnten, ist, schaffen wir es überhaupt, mit einer Rotationspoliermaschine Hologramm frei zu polieren? Und da ist die Antwort ganz klar ja. Mit der entsprechenden Politur, mit den entsprechenden Pads und der richtigen Poliertechnik ist es definitiv möglich, mit einer Rotationspoliermaschine Hologramm frei zu polieren. Aber, und das ist jetzt eben auch ein ganz entscheidendes Fazit aus diesem Video, das ist nicht einfach. Man muss wissen, wie man diese Maschine, diese Polituren und diese Pads am Lack einsetzt, wie man die Maschine über den Lack drüber führt. Und man muss auch wissen, welche Pads und welche Polituren man wie miteinander kombiniert, damit das überhaupt möglich ist. Wir haben nämlich ganz deutlich gesehen, Cuttingpads und Cuttingpolituren mit einer Rotationspoliermaschine, da ist es ganz, ganz schwierig bis unmöglich, überhaupt Hologramm frei zu polieren. Man muss hier wissen, dass man Finishpads, Finishpolituren verwenden muss. Und selbst dann ist es noch wichtig, die richtige Technik zu haben, weil sonst wird es eher schwierig. Und genau deswegen empfehlen Sebastian und ich auch eigentlich in der Regel für Einsteiger eher die Exzenterpoliermaschine, weil die zwar, ja, ein bisschen weniger Cut am Lack erzeugen, das heißt, man braucht vielleicht ein, zwei Polierdurchgänge mehr, um die Kratzer zu entfernen. Aber es ist sehr, sehr viel einfacher, am Ende ein schönes Finish auf dem Lack zu erzeugen, weil das einfach mit dieser exzentrischen Bewegung von der Maschine zusammenhängt. Und damit denke ich jetzt mal, haben wir die Fragen, die wir zu Beginn dieses Videos gestellt haben, sehr, sehr deutlich beantwortet. Und ihr wisst jetzt Bescheid, was Hologramme sind, wie sie entstehen und wie wir sie vermeiden können. In erster Linie hoffe ich, dass euch dieses Video dabei geholfen hat, eure Fragen zu beantworten oder eure Probleme zu lösen. Denn das ist der Grund, warum wir diese Videos machen und warum wir diesen Kanal betreiben. Wenn es euch darüber hinaus noch gefallen hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, denn auch das ist unser Ziel, dass wir euch den Spaß und die Freude an der Autopflege vermitteln wollen, dann würden wir uns über ein klitzekleines Dankeschön freuen, indem ihr zum Beispiel dem Video einen Daumen nach oben da lasst, indem ihr dem Kanal ein kostenloses Abo schenkt und vor allem, wenn ihr zum nächsten Video mit mir oder mit Sebastian wieder einschaltet. Servus!